jetzt darfst du willkommen willkommen zurück beim letzten mal haben wir auf diese haben es auf die namenlose insel geschafft und wir haben in der zeit auf den sind zwei tempel besucht einmal von armadia und von 2 stessa und da haben wir dann auch noch den meister von siebel getroffen und besiegt und hat sie den namen von dem meister hier entfernt noch so ein natur gewesen naja und wir haben herausgefunden dass der schwarze ring hier irgendwie ist also dieser kult der halt irgendwie das böse anbietet also ich weiß gar nicht haben sie zu denken im lager geschafft ich weiß gar nicht was das für leute war boah alter das wasser kocht hier in regelrecht das ist ja für leute ach so das ist der schwarze ring das ist aufpassen was wir zu den saken weil sonst kann ich schnell ausatmen ja so riesen kampf wir haben hier gespeichert sich noch andere fraktion auf rense wir haben noch was von wegen wir haben noch haben hier bei treibholzer nähe so ein haus gehabt wo es ein spiegel war wegen so ein besonderer mörder oder so hat uns dadurch gesehen für dich was ich da habe ich auch noch einen eintrag zu verstehen dass genau ein player steht bei mir hier irgendwie ach so der hat uns für einen hier einsamen wolf gehalten und verlangt dass wir unsere gotter weckten hier dass wir die zahl unserer kills werden hier sagen also er hat anscheinend erwartet dass wir irgendwelche keller sind die halt gotter weckte umbringen ich würde sagen dann spreche ich einfach mit den typen hier und guck mal was los ist ich mir glaube ich nicht großartig angefangen hier genau der dreamer bleibt tief in seinem rückwärter und fliegt durch ihn zu dir wieder das ist doch ein magister die magister kohlen, oblivious zu mir der dreamer schwebt ihre eigene minde in einem mage von ihren peinsten schmerzen bitte nicht das die magister schwebt dein enemy schwebt der dreamer bleibt auf dem ja gut da wird von nix und geh ich mal hier lang ne das soll schon passieren das soll schon passieren nur das wein schwebt durch ein hole in seinem seite einen moment später er schlägt auf dich mit einem schrumpf hm force of habit life will taste good again once the god king's victory is sealed wein wein is wasted on the living but life is wasted on the living the god king will change all that ja das wirks rechtlich optimistisch ich brauche keine confidence ich habe faith der godkönig die krank die krank die fallen ich bin tot und vergessen bis er mich zurückbringt er hat mich zurück er hat die leute die leute der dreamer schwebt eine schwebige klinge von den desigerten der restlichen seite der der die der die 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 sogenannten 7 Gäste hat ihn verraten und ihn verraten. Jetzt ist es Zeit für ihn, um ihn wieder zu erraten. Der Kaptain Black Ring steht vor dir. Sie sieht sehr ordentlich aus, du denkst, so wie die Black Ring geht. Aber dann hörst du eine Sprache in deinem Kopf. Sag mir, wer du bist, oder ich werde dich töten. Und keine Angst, denn ich erzähle die Wahrheit. Was? Da ist ohne Punkt und Komma steht, hier steht gar nichts. Keine Satzzeichen. Okay. Wie, keine Satzzeichen? Ich kann keine Satzzeichen erkennen. Es werden mir keine Satzzeichen übermittelt, wenn sie mir immer Gedanken eindringt. Okay, ja. Soll ich das mal umgekehrt machen? Ich darf schon, ja. Ich darf schon, ja. Also ich denke, wie ich ihr anstatt die Kehle ans Messer halte, ja. 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 Ich darf nicht sagen, dass sie nicht so schlafen wird. Sag mir, wer du bist, oder ich werde dich töten. Es gibt keine Freunde. Es gibt die, die den Königin und die, die gegen ihn arbeiten. Wenn du umgekehrt und umgekehrt und umgekehrt. Wenn du umgekehrt und umgekehrt und umgekehrt wieder. Dann umgekehrt den König und umgekehrt ihn umgekehrt. Umgekehrt die Heiligenpäger und umgekehrt die Gottgewogen. Umgekehrt sie alle. Umgekehrt den König ihre Seelen und wir umgekehrt zusammen und wir leben für immer. Okay, ich drehe mich um zu Fane, zu Wett und zu Ifan und sage, stirbt. Okay, wir haben die erste Prüfung überstanden. Also ich glaube, die hätte uns wirklich, die hat eine Aura. Das hätte uns wirklich böse, glaube ich, wehgetan. Oh ja, was steht da? Wordless Aura. Der Stumme spricht nicht und heute sprichst du auch nicht. Heißt das. Ja, sehr schön. Kann man nicht zaubern oder was? Das wäre krass. Aber ich denke mal, angesichts der physischen Rüstung wird die ganz schön draufhauen. Die hat auch 35 Stärke. Ah, okay. Achtet auf Kriegsführung. Also die wird... Ja, der Mist hier ist ein Händler. Händler. Was denn? Ne, Discord hat wieder ein Problem mit sich selbst. Ach so. Aber... Anders als sonst nehmen wir nicht über Teamspeak auf, sondern über Discord und... ja... Der Server von Teamspeak steht noch nicht zur Verfügung. Ist das nur jetzt. Oh ja, der hat ja ganz viel zu handeln. Ach so, du handelst. Totems of the Necromancer Oh, okay Vielleicht sind noch keine neuen dazu gekommen Vielleicht kann ich den schon? Ich habe das Feuer ausgemacht Will bestimmt toll Wir werden da hinten auch im Mond schreien, wo wir hin könnten Oh, der will hier noch reden Was soll ich machen? Du hast was, was ich von denkt, ne? Ich glaube, er beißt sich auf die Zunge Du ausgleichst, was der Schmerz des Schmerzes Und es drifft auf den Wind Dein Kopf zurückgeht zu normal Und der Alchemist schreit bei dir in Verzweiflung Okay Tja Hat er versucht, von dir Besitz ergreifen, oder? Ja, das kommt mir dann nur so vor Das ist noch ein Händler Ups Was soll ich jetzt als nächstes holen? Ich habe den Roten Prinzen gerade angesprochen Oh, sicherlich ist es obvious Ascension erwartet Once we managed to gain access to the actual Well of Ascension Genau Spricht das so laut aus wie möglich hier in dem Mond Du hast ja angesprochen Was ist denn mit den Typen hier? Achso Er riecht die Hand der Hand nach dir Serpent-like Köln schreit unter der Haut Die Haut schreit Noxious black smoke pours von ihm Into your mouth Your tongue turns dry Then rough Almost scaly And you feel your source Unsettled As if attracted to the man's black eyes As the black smoke snake takes over your tongue You feel yourself slipping away You see a vision An army of the undead Written to turn the world to a lifeless waste In his hand So I feel you Um To you The I feel my soul You see a vision That's what I think You see a vision I feel my soul You feel my soul You see a vision Für einen Moment hat ein Blacksmoke-Sneke-Koile rund um seinen Füßen und dann ist er weg. Vieles kennen wir bereits. Jo. Ah ok. Jo. Ich würde sagen wir erkunden hier das Gebiet, ne? Jo. Hä? Oh, ein bisschen Kampfmodus gegangen. Achso, ich habe Tab gedrückt, aus Versehen. Äh, ja in die Richtung können wir weiter gehen, ne da waren wir schon glaube ich oder? Ne da waren wir. Wir könnten auch nach rechts gehen. Ja wenn wir schon ein Stück nach rechts halten, dann kommen wir halt zu so einem großen Tempel. Was sollten wir machen? Hm? Guck mal da liegen sogar Magisterleichen. Ja, dann gehen wir zu den Magister... Dann gehen wir zu den Magisterleichen. Ja, alle Leichen. Hehehe. Achso, ist ne Lampe. Schild ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. He. Ah ja, ich weiß worauf das hinausläuft. Ah ja, ich weiß worauf das hinausläuft. Ist das aus Kerbel? Ne, das ist von Duna. Duna ist auch der Master. Hehehe. Ich habe gerade verstanden, Duna ist der Master. Ja, der Master in dem Spiel. Warte mal, ich mache mal nochmal ein Bild von dem Platz hier. Ich glaube ich speichere mal. Und ich wechsle die Aufnahme. Und ich wechsle die Aufnahme. Alles klar bin ein Typ. Achso. Vielen Dank.